Ja und da sind wir wieder zurück bei Let's Play Adventure Craft. Ich bin nicht mehr da, wo wir in der letzten Folge aufgenommen, oder die Aufnahme beendet haben. Das hat den Grund, weil mein Adventure Craft in der letzten Aufnahme, also die ich gerade eben gemacht habe, abgekackt ist. Und ja, dadurch wurde dann die Aufnahme geschrottet. Ich konnte da nichts machen, tut mir leid. Ähm, ja wir haben im Prinzip auch nichts arg viel gemacht, bzw. ich habe nicht arg viel gemacht, ich bin nur zurückgelaufen von den Dingen, wo wir in der letzten Aufnahme gestoppt sind. Und hab einen Pils gefunden, der lag hier. Ja, und jetzt werden wir mal zum Schneetor laufen, bzw. zum Tor, wo der Schneeschlüssel reinpasst. Aber zuerst werde ich mal gucken, oder auch nicht. Ja, mal kurz sehen. Ähm, ne das geht jetzt leider nicht. Äh, ich wollte eigentlich den Pils jetzt nicht tauschen, aber gut, wir kommen ja sowieso nicht mehr hin. Äh, weil die goldene Tür, bzw. die Tür, wo der goldene Schlüssel reinpasst, auch zugegangen ist. Warum auch immer, keine Ahnung. So, das ist jetzt unser Haus. Das heißt, äh, da hinten, ja doch, da ist doch das Ding, wo wir tauschen können. Und da geht's auch zum Schneedingens. Jetzt wusste ich noch nicht, ob der hier Äpfel will, oder Pülze. Da. Hey! Okay, danke, super. Und wir kriegen eine leere Flasche. Wow, yay. Können wir gleich mal was mit anfangen, mit... Mensch. Können wir gleich mal was mit anfangen, nämlich gar nichts. So, dann machen wir mal den Schneeschlüssel in die Schneefühl rein. Perfekt. Und was ist hier los? Oh Gott. Jetzt muss ich noch mal kurz... Ach, manne, ich hasse das. So, jetzt aber. Äh, was ist denn hier alles voller Soul Sand? Ist ja klasse. Wah, verreckt ihr, voll Spinn. Ja, gut, dass sich die Mops auch nicht so schnell bewegen können auf dem Soul Sand. Auf dem Seelensand. Sand der Seelen. Alle bösen Seelen sind in dem Sand gefangen. Da fängt ja gleich mal unheimlich an, ne? Huh. Oh, okay. Hier scheint jetzt uns auch noch ein Boomerang was weiter zu helfen. Den ich hier hab. Wunderbar. So. Welche Tür sich jetzt auch immer aufgetan hab, ich denke mal, es wird uns helfen. Hilfen. So, und das dauert jetzt natürlich ewig drüber zu laufen. Ich hüpfe mal ein bisschen, dann soll es schneller gehen. Ist das ein Schild? Ne, das ist Erde. Aber dahin ist schon wieder Licht. Hm. Under Construction. Aha. Was auch immer das jetzt heißen soll. Ich glaube, im Bau oder sowas. Hm. Na ja, wir laufen jetzt zum schönen Schneedungeon, zum letzten Dungeon. Äh, wo ging's denn jetzt hier lang, Mensch? Da? Ne, da ist Erde. Okay, eigentlich jetzt hier waren ja nur zwei Möglichkeiten, weiter zu gehen. Ist hier rechts rum, ne? Schätze ich mal. Genau. Und wir haben einen goldenen Wappi oder was auch immer das sein soll. Aber ich hab jetzt keinen anderen Weg hier gefunden. Wow, Spinn. Ich hab jetzt keinen anderen Weg hier gefunden, wo's lang geht. Ich nehm jetzt, glaub mal, in die linke Hand auch die Fackel. Äh, Moment. Die scheiß Knochen brauch ich sowieso nicht. So, hier soll's jetzt lang gehen zum Schneeteil. Schätze ich einfach mal. Hoffe ich mal, Mensch. Spendiert uns immer schön Herzen. Na toll, und hier kommen wir nicht rüber mit dem Sourceland. Oder? Doch, wow. Und da scheinen wir auch schon da zu sein, in einem neuen Part der Welt. Unglaublich. Snowy Plane. So, wir haben zwei Möglichkeiten. Ich sag, äh, ich würd mal sagen, wir gehen rechts sagen. Da sieht so aus, als wäre er eine Sackgasse. Und Wege ausschließen ist immer gut. Aber ich werd mal kurz Guide auf, äh, beschäftigt stellen. So, also, äh, hier, ne Sackgasse, ganz zufällig. Oh, Eiswürfel. Ja, Eiswürfel. Skyrim. Tod. Passt zusammen. Na gut, aber auch mal am Anfang. Später werden die ja dann alle schön einfach. Und jetzt geht's hier weiter mit neuer Musik. Und mit tausenden Möglichkeiten, einen Weg zu finden. Na klasse, ich ersasse. Mir tut's immer so leid, die Wölfe abzuschlachten. Was für ein mitleidiges Geräusch die dann immer machen. Ja, okay, ausgeheult, eine Schweigeminute, vorbei, und wir gehen rechts weiter. Kommen zu einem Haus, das, so wie es vom Weiten aussieht, mit Stahltüren verschlossen ist. Das heißt, wir kommen da nicht durch. Okay, wir können die Rappen nicht umbringen. Aber die können uns für irgendwas nützlich sein, steht hier. Ja, äh, los, verfolg mich mal, und geh dann in das Haus hier rein. Hier, bitte, komm, hopp. Hey, durft's Ding. Äh, kannst du zufällig in das Haus rein, na? Hier, ganz, ganz zufällig. Okay, die Ratten scheinen wir nicht zu besiegen können, die bringen, äh, besiegen zu können. Mensch, das ist der Tor. Äh, die bringen uns auch nicht viel. Ins Haus können wir die sowieso nicht reinlocken, dass da irgendwie Truppratten am Ende wären oder so. Keine Ahnung. So, da links ging's nicht weiter, beziehungsweise da ging's schon weiter, aber eben nur zur Sackgasse, also zu dieser, eine Tür, wo wir den goldenen Schlüssel brauchen. Und jetzt muss ich gleich wieder eine Wolfe abschlachten. Oh, es tut mir ja so leid, aber du preist mich ein, äh, an. So, und dann geht's hier gleich weiter, hoffe ich. Genau von da kommen wir. Das heißt geradeaus weiter und da wird dann hoffentlich ein Weg zum nächsten Dungeon sein oder zumindest zu irgendwas, wo man wieder was richtig Schönes machen kann. Wegen irgendwelchen Viecherkämpfen, die man einfrieren kann oder die dich selber einfrieren. was hat Ich nehme mal einen Apfel mit, ne. Ein paar Apfel. Oh, 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 äh, okay. Was? Hä, hab ich da gerade zufällig? Ne, glaub nicht, aber was soll es noch. Äh, einen Apfel tue ich mal da rein. Hä? So, egal. Bomben. Ja, nehmen wir mal 10 mit. Herzen brauchen wir nicht. So, was ich jetzt aber eigentlich sagen würde, was mir immer wieder auffällt, wenn man so in Eislandschaften sich in irgendwelchen Spielen rumtreibt, dass er dann selber immer kalt wird. Ganz im Gegenteil, wenn man durch die Wüste läuft. Weil mir wird jetzt auf einmal kalt. Na, jetzt noch den Wolf und dann scheint das hier auch jetzt das Dungeon zu sein. It's surely possible to melt the ice, the fire warps can be. Äh, okay, irgendwie können wir das Eis schmelzen mit... Keine Ahnung, warte, aber ich probiere es erstmal wegzusprengen. Hallo? So. Nein, wegsprengen geht nicht, obwohl es ziemlich unlogisch ist, dass man Eis nicht wegsprengen kann. Naja, also scheint nicht zu genau. Aber mit irgendwelchen Fire Wards und Fire Wards sind, glaube ich, diese Stöcke, die brennen. Na, Wolf? Also wir müssen irgendwo brennende Stöcke herbekommen. Das kann nicht alt... Das kann nicht so weit von hier entfernt sein, weil die gehen ja nach einer Weile auch raus. Hm. Ich fürchte fast, dass ich da was übersehen habe am Dungeon. So, aber es sieht jetzt hier von Weitem nicht so aus. Nein, hier ist überhaupt nichts. Mensch, 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 aber das kann nicht so weit sein von hier, weil die Stöcke gehen ja auch raus. Und mit der Fackel geht's nicht. Haben wir irgendwas dabei? Hm. Ne, das einzige Brennende, was wir dabei haben, ist die Torch, also die Fackel. Fire Wards. Ich muss jetzt doch nochmal ganz schnell gucken, was Fire Wards sind. Wow, 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 wow. Scheiße, Wolf, ey. Äh, Fire Wards, das ist Fire. Moment, bitte. Äh, das ist ne Fackel. Stonehole. Ja, das, da werden schon Fire Wards sein, glaube ich. Nehme ich natürlich nicht mit. Wäre ja kacke. Wir haben schon genügend gecheatet im fünften Dungeon. Oder im sechsten oder was das war. Keine Ahnung. Da war es wohl auch mehr oder weniger berechtigt, aber trotzdem. Und der verkauft nicht zufällig was in der Art, ne? Nee. Aber die Pods, vielleicht ist da ja was drin. Ja, ja, ich hab deine Pods alle getroked. Schön für dich. Baaah, ich will mir leider keine Pods mehr nehmen. Äh, eine Bombe kaufe ich noch. So. Also jetzt echt, wie... Kann ich das Ei schmelzen? Hmm. Zu irgendwas muss doch auch der Schalter im Dungeon gut gewesen sein, aber ich will jetzt nicht nochmal zurück ins Dungeon. Also jetzt ist das, wie ich das hier in der Schalter im Dungeon gut gemacht habe. Untertitelung des ZDF, 2020